Hi, ich bin's wieder, euer Alex und heute will ich euch mal meinen Tart und meine Bibi Hängematte zeigen. Ich baue es jetzt auf und dann werdet ihr sehen, wie es dann im Original aussieht. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ah, herrlich. So, nun das Dach. Paracord gespannt. So, gerade noch rechtzeitig fertig geworden, bevor es zum Regen angefangen hat. Dann müssen wir es uns nochmal außenum anschauen und dann gehen wir zum gemütlichen Teil über. So, jetzt gehen wir zum Regen. So, jetzt gehen wir zum Regen. So, hi. Okay, jetzt liege ich in meinem gemütlichen Lager und ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Ciao, macht's gut.